Heute war ich ja nach der Arbeit im Baumarkt und schaut mal, was mir über dem Weg gelaufen bzw. im Weg gestanden ist. Eine riesige Alokasia. Ich könnte schreien vor Glück. So riesige Blätter. Ich kann es gar nicht erwarten, bis sie noch größer ist. Ich überlege bloß, pflanze ich sie im Blähton oder nicht, weil wegen meiner Allergie habe ich fast alle Pflanzen im Blähton. Mach überlegen, aber auf jeden Fall Liebe pur.